Welche Grundhaltungen sind für lösungsorientierte Berater oder Beraterinnen wichtig? Wenn wir uns das mal so ein Stückchen angucken, ergänzend zu den Grundlagen einer lösungsorientierten Therapie. Berater entwickeln natürlich Möglichkeiten. Sie suchen Möglichkeiten, sie suchen Wege, sie suchen neue Wege, sie suchen Auswege. Sie sind, wie gesagt, nicht fixiert auf Problematisches, sondern sie suchen andere Bereiche auf. Etwas konstruktiv Neues, etwas in dem Sinne tatsächlich Lösungsorientiertes. Sie aktivieren natürlich Ressourcen und Ressourcen bei Menschen sind sehr vielfältig. Es gibt sehr viele Ressourcen, die in den Menschen schlummern, die ihm selber noch nicht bekannt waren. Und diese quasi abzuklappern oder anzutippen oder eben auch auszuprobieren, ist sehr wichtig. Welche Ressourcen könnte er haben? Vielleicht hat er einen tollen Sprachausdruck oder vielleicht kann er tolle Bilder malen. Oder vielleicht ist er ein wunderbarer Verkäufer und bisher war er nur Berater und ist in der Beratung ins Burnout geraten. Als Zahnarzt, egal was irgendwo. Welche Ressourcen hat er? Welche Möglichkeiten hat er? Vielleicht ist er ein Mensch, der sich sehr schnell erholt und der immer wieder Erholungsphasen braucht, der jeden Monat drei Tage auf der Alm verbringen muss. Also hier besondere Bereiche hat, in denen er sich ressourcenmäßig gut erholt und darstellt, in dem etwas in dem Sinne funktioniert. Und Ressourcen im Leben von Menschen sind etwas sehr Vielfältiges, das quasi ein unendliches Potenzial an Schöpfungsmöglichkeiten in sich beherbergt. Und insofern lohnt es sich auch nur, nach Ressourcen zu suchen. Und Ressourcen können etwas sein, was zum Beispiel schon in der Vergangenheit vorhanden sei, eine Fähigkeit eines Persönlichkeitsaspektes, der verschüttet ging und der durch die Umstände einfach sehr einseitig, also nicht mehr da war und dann andere Persönlichkeitsaspekte in den Vordergrund getreten ist. Und da lohnt es sich wieder anzuhaken, zu sagen, okay, das hat damals funktioniert, warum soll es heute nicht auch funktionieren? Also etwas sehr Vielfältiges, ein Thema, mit dem es sich lohnt, sich alleine auch immer wieder zu beschäftigen. Dann braucht die Beraterin die Möglichkeit der Ermutigung des Klienten für den ersten Schritt, die ersten Schritte, die ersten kleinen Schritte, die ersten kleinen Veränderungen. Die Veränderungen, die im Grunde genommen schon von einem Moment in den anderen Moment eintreten. Wenn mir das gelingen würde, einem Klienten das so richtig bewusst zu machen, möglich zu machen, dann erfährt er, dass der nächste Moment wiederum anders ist und der übernächste Moment wieder anders und so weiter, bis eben ein Morgen da ist oder ein Übermorgen da ist und so weiter. Insofern sind diese Ermutigungen für den ersten Schritt, das erste Tun, das erste mögliche Tun, das erste Laufen lernen, wie bei einer Rehabilitation oder bei einem Kind, das Laufen lernen, etwas sehr Wichtiges und Kinder ermutigen wir ja sehr wohl für die ersten Schritte und für das erste fallfreie Fahrradfahren und so weiter und da ist es ja auch sehr geläufig. Also diese Ermutigung, dieses Coaching für den ersten Schritt, für die ersten Schritte. Wichtig ist natürlich auch für den Berater die Bewunderung der Autonomie des Klienten. Er selbst schafft es. Er selbst darf stolz darauf sein. Er hat es geschafft. Er hat seine Selbsterfahrung, sein Erfahrungspotenzial und funktioniert. Das befriedigt ihn. Wenn ein Klient etwas schafft aus seiner Autonomie, der relativen Autonomie heraus, sind wir nicht vollkommen autonom, aber eben doch sehr autonom, dann brauchen wir Bewunderer, die das beklatschen, die das bewundern und die das authentisch bewundern, nicht künstlich, sondern die uns dafür Komplimente geben und die uns dadurch natürlich verstärken, ja im verhaltenstherapeutischen Sinne verstärken und uns es ermöglichen, dann weitere Schritte zu gehen. Es wird zu wenig gelobt beispielsweise auch. Und diese Bewunderung von Autonomie, von Selbstständigkeit, von Selbstverantwortung und all dem ist etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges im Leben. Berater sollten auch immer wieder Supervision für die Interaktion mit der Außenwelt haben oder sie sind selber Supervisoren für diese Möglichkeiten, für diese Interaktion mit der Außenwelt. Sie fördern natürlich immer wieder die Normalität. Was ist normal? Was ist möglich in der Normalität? Also sie gehen natürlich nicht in das Abnorme hinein, in das Pathologische hinein, in das Unmögliche hinein, sondern es ist eine Normalität, die sie fördern. Und ich hatte es ja gerade schon gesagt, auch hier nochmal unterstützend, sie stützen tatsächlich die Selbstwirksamkeit eines Klienten und das ist etwas ganz Wesentliches. Was Berater in dieser lösungsorientierten Kurzzeittherapie mit den Klienten häufig zuerst machen, ist beispielsweise Fragen stellen natürlich. Was führt sie zu mir? Was ist ihr Anliegen? Was ist ihr Thema? Der Klient soll lernen, das zu formulieren, auch möglichst präzise zu formulieren. Dann kann zum Beispiel die Frage kommen, woran würden Sie merken, dass dieses Gespräch hilfreich war? Woran merken Sie das? Nicht, wenn wir jetzt aus dem Gespräch herausgehen, nach 50 Minuten, nach der Zeit, die wir uns dafür genommen haben, woran merken Sie, dass dieses Gespräch hilfreich war? Oder wenn Sie überlegen, welche Themen, welche Bereiche Ihres Lebens und Ihrer Beziehung zu anderen Menschen von diesen Problemen beeinflusst werden und welche nicht, was fällt Ihnen da zu beiden Bereichen als erstes ein? Wenn Sie überlegen, welche Bereiche Ihres Lebens und Ihrer Beziehungen von diesem Problem beeinflusst werden und welche aber nicht, was fällt Ihnen da zu beiden Bereichen als erstes ein? Also dieses spontane Einfallen ist ja oft etwas Implizites, Direktes, was sich plötzlich offenbart. Oder wann haben Sie sich zuletzt so verhalten, wie Sie beschreiben? Und wann haben Sie sich zuletzt anders verhalten? Auch wenn es nur ein klein bisschen anders gewesen ist. Nochmal. Wann haben Sie sich zuletzt so verhalten? Und wann haben Sie sich zuletzt anders verhalten? Auch wenn es nur ein klein bisschen anders war. Dann natürlich auch die Frage, wie gehen wir mit Menschen um, die zu uns geschickt werden? Oft haben wir ja mit einer Klientel zu tun, eine Psychotherapie, eine Beratungsarbeit und eine Kurzzeitberatung, die von anderen Menschen geschickt wurden. Wir wurden empfohlen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann haben die sich bemüßigt und gesagt, okay, das kann ich ja mal ausprobieren. Aber sie sind natürlich nicht aus eigenen Intentionen gekommen. Viele Klienten wurden einfach geschickt. Und da gibt es eben auch interessante Fragen, den Klienten damit sich auseinanderzusetzen, zu lassen. Damit sich der Klient damit auseinandersetzt. Zum Beispiel so diese Frage, haben Sie eine Idee, haben Sie eine Vorstellung darüber, warum die betroffene Person möchte, dass wir beide, ich als Berater und Sie als Klient, miteinander ins Gespräch kommen? Und was halten Sie selbst von dieser Idee? Haben Sie eine Idee, warum die Person möchte, dass wir miteinander ins Gespräch kommen? Und was halten Sie selbst von dieser Idee? Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, wenn wir jetzt mal so tun, dass die Person, die sie zu mir geschickt hat, es wirklich gut meint, im Sinne des guten Ratschlages, was könnten wir dann zusammen Sinnvolles tun, damit es Ihnen tatsächlich gut geht? Wenn wir jetzt einmal unterstellen, dass es die Person wirklich gut gemeint hat, mit dem Ratschlag zu mir zu kommen, was könnten wir dann zusammen Sinnvolles tun, damit es Ihnen tatsächlich auch gut geht? Oder wie können Sie die, die Sie geschickt haben oder den Menschen, der Sie geschickt hat, davon überzeugen, dass Sie nicht Wiederkommen brauchen? Oder wenn Sie den Umstand, dass Sie jetzt schon mal hier sind, Sie haben ja die Schwelle überschritten und sind schon mal bei mir, für ein eigenes Anliegen nutzen wollten, was könnte das dann am ehesten sein? Also was könnte dieses ganz persönliche, eigene Anliegen sein und nicht das Anliegen derjenigen, die Sie geschickt hat beispielsweise? Und vielleicht auch die Frage, gibt es etwas, das ich im Augenblick tun könnte? Das ist ja auch etwas ganz Wichtiges als Frage. Ein anderer Typ von Klient ist nicht der Geschickte, sondern der Kunde. Und der Kunde ist also jemand, der jetzt nicht typischerweise Klient ist, sondern das ist weiter neutralisiert, eigentlich auch so in diesem kommerziellen Rahmen, in dem wir heute oft kommunizieren. Das ist kein Klient, wobei Klient ja auch noch relativ neutral ist. Das ist schon gar kein Patient. Und das ist schon gar kein Gestörter. Das ist schon gar kein Irrer, wenn wir da jetzt mal so eine Eskalation von Begriffen mit hineinbringen, was man so im Psychischen alles machen kann. Das ist also hier dann der Kunde. Und bei dem Kunden könnte man zum Beispiel Folgendes fragen. Das ist also kein Geschickter, sondern Kunde, der sich als Kunde einlässt und sagt, gucke ich mal Beratungsgespräch und so weiter. Dann könnten wir zum Beispiel sagen, mich beeindruckt, wie genau Sie Ihre derzeitige problematische Situation darstellen. Also er hat ja das Anliegen und das Thema. Ich überlege mir, was Sie sonst noch alles tun, um die Situation, diese Problematik zu entschärfen. Wäre das so vielleicht sogar eine Möglichkeit, ein Ziel für unser Gespräch, dass wir uns gemeinsam überlegen, was Sie sonst noch tun könnten? Also nochmal, mich beeindruckt, wie genau Sie Ihre schwierige Problematik-Situation darstellen. und ich überlege mir, was Sie sonst noch alles tun, um die Situation zu entschärfen. Denn ich impliziere, ich unterstelle, dass er ja auch sonst noch etwas tut, auch wenn er das noch nicht getan hat. Aber das entwirft ihm natürlich die Möglichkeit, dass er etwas tun könnte, um die Situation zu entschärfen. Wäre das vielleicht sogar ein Ziel für unser Gespräch, dass wir uns gemeinsam überlegen, was Sie sonst noch tun könnten? Oder manchmal mag man an eine Besserung in schwierigen Situationen gar nicht mehr glauben. Da denkt man, das ist vollkommen verfahren, das wiederholt sich ständig, man ist scheitern, scheitern, scheitern und irgendwann ist man geneigt, die Flinte ins Korn zu werfen. Sollten wir uns jetzt darauf konzentrieren, was Sie tun könnten, um all das wenigstens ein bisschen besser zu ertragen, oder doch darauf, wie ein erster kleiner Schritt zur Veränderung der Situation aussehen würde? Manchmal mag man an eine Besserung in einer festgefahrenen Situation, ausweglosen Situation, scheinbar ausweglosen Situationen gar nicht mehr glauben. Sollten wir uns jetzt darauf konzentrieren, was Sie tun könnten, um all das wenigstens ein bisschen besser zu ertragen, oder doch darauf, zumindest darauf, wie ein erster kleiner Schritt zur Veränderung der Situation aussehen würde? Oder die Frage, was werden Sie jetzt tun? Oder die Frage, bei ich weiß nicht, was ja oft der Fall ist, weiß ich nicht, kenne ich nicht, sehe ich nicht genau, ist mir irgendwie nicht klar, und dann die Scheitern zwixiert hat, bei ich weiß nicht, was, statt dem ist ich weiß nicht, was haben Sie schon überlegt? und erst danach, was haben Sie überlegt, das ich tun könnte, also ich als Begleiter, als Berater tun könnte? Eine weitere Kategorie von Klienten ist eben nicht der Kunde, und auch nicht der Geschickte, sondern der Leidende. Und da ist es zum Beispiel ganz hilfreich, wenn man Skalen einführt, für die Problematik, für das Leid. Und eine subjektive Skala einführt, ist natürlich eine subjektive Skala, objektive Skalen an sich, ist die Frage, ob es die überhaupt gibt in der Richtung. und da könnte man zum Beispiel die Frage stellen, wenn Sie sich eine Skala von 1 bis 10 vorstellen, und die Zahl 10 für die Person steht, die Sie eigentlich sein möchten, wie weit entfernt von dieser 10 erleben Sie sich heute, um diese Differenzierung zu erfragen? Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt in Richtung Lösungsvision steuern, und Lösungsthematik steuernd, dann könnten wir zum Beispiel folgende Frage stellen, Was ist, wenn das Problem nicht ist? Beziehungsweise, wenn das Problem nicht mehr wäre? Weitere Fragen wären, Woran werden Sie merken, dass Ihr Problem gelöst ist? Erzählen Sie mir, woran Sie merken werden? Das ist ja Fantasie, das ist ja wie gesagt konstruktiv, da passiert ja etwas Konstruktives. Woran werden Sie merken, dass Ihr Problem gelöst ist? Und was werden Sie dann tun, was Sie jetzt noch nicht tun? Was ist oder was wäre dann anders? Nochmal eine ganz wichtige Frage, Woran werden Sie merken, dass Ihr Problem gelöst ist? Was werden Sie dann tun, was Sie jetzt noch nicht tun? Und was ist oder was wäre dann anders? Dann die weitere Frage, Was wird einem Außenstehenden, also einem Nichtbeteiligten, nicht an einem Konflikt, an einem Problembeteiligten, wohl als erstes an Ihnen auffallen? Welche Veränderung wird Ihnen am meisten beeindrucken? Welche Veränderung von Ihnen selbst als Person wird diesen Menschen dann am meisten beeindrucken? Auch das ist ein Fantasiekonstrukt, ein kognitives Konstrukt der Veränderung. Welche Konsequenzen werden sich dann daraus ergeben? Die Zielformulierungen oder Zielfragen sind natürlich ganz wichtig. Sie sollten ökologisch sein oder realistisch sein, also im Bereich der Möglichkeit des Machbaren liegen. Da ist es zum Beispiel wichtig, auf die Anwesenheit von etwas zu achten. Die Anwesenheit von etwas. Was ist stattdessen? Was gibt es statt dem Problem? Und natürlich, dass es ein Ziel der Kunden beziehungsweise der Kundin ist und nicht von jemand anderem, also das eigene, persönlich formulierte Ziel dieser Person. Das Ziel sollte natürlich konkret sein. Woran merken Sie, dass etwas verändert ist? Die Formulierung eher kleiner als großer Schritte, um hier nochmal darauf hinzuweisen an dieser Stelle. Was sind denn die ersten Anzeichen, wenn Sie kleine Schritte anstatt überfordernder und zum Rückfall fordernder zu großer Schritte machen? Die Frage nach der Realisierbarkeit ist grundsätzlich wichtig. Für wie wahrscheinlich halten Sie? Also wir sind ja sehr vorsichtig, aber sehr klar in der Formulierung, weil wir eben tatsächlich auch Fortschritte implizieren. Und natürlich die Fokussierung auf sehr konkretes Handeln. Wie machen Sie das? Was tun Sie, wenn? Was passiert, wenn da etwas dazwischen kommt? Also diese Realisierbarkeit in der Konkretheit des Handelns ist etwas sehr Wichtiges. Nicht Problemverhalten beim Kunden zu identifizieren. Also Sie merken, ich spreche hier wirklich vom Kunden und nicht vom Klienten in der Hinsicht. Ihm bewusst machen, damit er die Aufmerksamkeit vom Problem in Richtung Lösung dreht. Und da gibt es auch wieder ganz wichtige Fragen, die wir da stellen können. Zum Beispiel die Wunderfrage. Was wäre im Verhalten des Betreffenden anders, wenn durch ein Wunder das Problem plötzlich gelöst wäre? Und mit Wundern ist nicht gemeint, dass plötzlich ein Erzengel runtersteigt oder sowas. Ich meine, das gibt es vielleicht auch. Sondern mit Wundern ist eben das gemeint, was wir hoffentlich alle im Leben immer wieder automatisch erfahren, dass etwas Besonderes eintritt, mit dem wir nicht gerechnet haben. Dass wir nicht geplant haben, dass wir auch nicht formuliert haben und so weiter. Und deswegen natürlich hier diese gemeinte Wunderfrage. Was wäre im Verhalten des betreffenden Menschen anders, wenn durch ein Wunder das Problem plötzlich gelöst wäre? Skalen natürlich. Wo sieht sich der Betreffende im Moment? Wann gab es Situationen, in denen es bereits besser ging, nicht in seinem Leben oder in der Vergangenheit? Was wäre ein zufriedenstellender Zustand? Dann natürlich auch gerne die positive Umdeutung oder das Reframing. Gibt es auch irgendwelche positiven Aspekte dadurch, dass dieses Problem existiert, das konnotiert, dass das Problem wichtig ist und dass es eine mögliche Lösung war, eine, wie wir sagen, in der Tiefenpsychologie eine wichtige Abwehr war, die eben das stattdessen ist. Zwar ist das ursprüngliche Problem nicht gelöst, aber ich kann ja auch das Problem umdeuten und diese vielen, vielen Umdeutungsperspektiven, mit denen wir uns nochmal explizit näher und differenzierter beschäftigen werden, sind natürlich auch ganz wichtig. Und natürlich schließlich die Ausnahmen. Gibt es auch Zeiten, in denen das Problem weniger stark oder vielleicht schon überhaupt nicht auftritt? Wenn wir uns jetzt noch explizit mit der Wunderfrage beschäftigen, was mit dieser Wunderfrage genau gemeint ist und wie man sie differenzieren kann, dann ist es natürlich die Frage als solche, also das Wunder, das plötzlich eintritt. Es gibt immer Dinge, die unvorhersehbar plötzlich eintreten, Wunder wie Nichtwunder, also Negatives wie Positives. Dann geht es natürlich auch darum, die Ausweitung der Antworten durch. Was noch, was ist da noch außer diesem Wunder, die zu weiteren Spezifizierungen, Differenzierung der zuvor formulierten Ziele führt? Dann natürlich das zirkuläre Fragen, das Umfragen aus verschiedenen Bezugssystemen, Bezugssystemen im System des Klienten, auch in seiner Fantasie, auch Fantasie ist als System des Klienten hier gemeint, die das entsprechende Bezugssystem des Betreffenden ausweiten. Dann natürlich das Beziehen auf Erfahrungen und Ressourcen der Vergangenheit, wo bereits ein bisschen Wunder zum Beispiel erlebt worden ist. Oder die Fokussierung auf die nächste unmittelbare Zukunft mit der Frage wie zum Beispiel, was müsste in der nahen Zukunft geschehen, dass ein bisschen Wunder schon bald wahrgenommen werden kann und damit eine Veränderung wahrgenommen werden kann. Schließlich, so wie die Betonung immer, für das Eigenverantwortliche handeln. Du handelst als Mensch ganz eigenverantwortlich, zum Beispiel durch die Frage nach eigenen Beiträgen, die ein bisschen Wunder in der nächsten Zeit ermöglichen könnten. Was auch ein wichtiger Punkt ist, ist die Würdigung des bereits Erreichten. Ein Mensch erreicht ganz sicherlich in dieser Vorgehensweise sehr schnell etwas. Und der produziert sehr schnell etwas. Da könnte man zum Beispiel die Frage stellen, mich überrascht, dass ich schon zum Beispiel, wenn wir jetzt mit Skalen arbeiten, bei der 4 sind. Also 4 wäre dann in die Richtung, in die wir arbeiten wollen. Wie kommt es, dass sie nicht tiefer sind? Also wenn 1 dann ganz gut wäre oder umgekehrt. Also da geht es um das Bewusstmachen des bereits Erreichten. Woran erkennen Sie, dass Sie auf 4 sind? Und da geht es um konkrete Antworten zu suchen und immer wieder zu fragen, was noch, was wäre noch möglich. Also durch das Aussprechen von Fähigkeiten und Möglichkeiten werden Sie für das Gegenüber realer und natürlich durch die Bewusstmachung verstärkt. Und dann können wir noch bezüglich des Wunders fragen, da zum Beispiel Wunder in unserem Leben als Menschen ja eher selten sind, frage ich Sie an dieser Stelle, wo müssten Sie sein auf einer Skala, wenn wir wieder mit der Skala arbeiten, damit Sie sagen könnten, so ist es okay für mich. So wäre die Situation für mich nicht mehr ein Problem. Wir nehmen an, das Gegenüber sagt dann zum Beispiel 8 auf der Skala, was auch immer, je nachdem, wie wir die Skala nehmen, ob wir 10 für das Beste nehmen und 1 für das Schlechteste oder umgekehrt. Oder wenn wir weiter mit der Skala arbeiten, dann geht es darum, Entwicklungen tatsächlich sichtbarer zu machen. Zum Beispiel auf diesem Weg von der Skala von 4 nach 8, wohin auf der Skala würde Sie der erste kleine Schritt bringen? Dann sagt der Antwort, ich denke auf 5. Oder woran würden Sie merken, dass Sie auf 5 sind? Konkrete Beschreibung der Alltagssituation bei 5. Realität in der Alltagssituation. Oder haben Sie Ideen, wie dieser erste Schritt aussehen würde? Was Sie konkret dann tun und machen? Was würde Ihr Lebenspartner tun zum Beispiel, Ihr Bezugspartner, wenn Sie auf 5 sind? Was würde Ihr Chef darüber denken? Woran würde Ihr Chef merken, dass Sie sich verändert haben? Würde er merken, dass Sie auf 5 sind? Oder würde es ein anderer Mensch merken, welcher ist das beispielsweise auch?